Hey, Nummer 6, warte. Hey, hey, gib mir das Schwert. Okay. Scheiße. Da sind wir wieder zu einer weiteren Quick Survival Games. Wie macht mir dieser Mod ziemlich viel Spaß, vor allem auch Survival Games. Das sind so meine Sachen, die ich toll finde. Okay, direkt Hose, Schuhe, keine Schwert. Da ist Schwert. Okay, uns geht's gut. Oh, die ja, Platte. Nice. Vielleicht nur noch ein Helm oder ein besseres Schwert. Okay, Helm. Scheiße, noch ein besseres Schwert. Okay, wir haben gewonnen. Wir haben das beste Zeug. Wir werden jetzt erstmal alles auseinandernehmen. Fangen wir mal mit dem an. Ja. Eins und zwei. War wei. Oh Gott, war das knapp. Er wird die Nummer 3 sein. Er wird die Nummer 3 sein. Du wirst die Nummer 3 sein. Okay. Dann halt noch eine Nummer 4. Jut, 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 jut. Ah, die 5. Dann kämpfen welche. Ey, Nummer 6. Warte. Hey, hey. Gib mir das Schwert. Okay. Da haben wir das Schwert. Gut. Es gibt nur noch einer. Das heißt, das wird der siebte Kill wahrscheinlich. Dann haben wir sieben Kills in dieser schnellen Runde gemacht. Oh Mann, das war cool. Das war eine nette Runde. Jo, aber ich seh den... Ah, da hinten kommt der raus. Stirb. Stirb. Oh, ich leg da einfach mal ein bisschen ab, sodass ich ein bisschen Leben regeneriere. Ist doch lustig. So ist das doch lustig. Hm. Einfach warten. Ich hab Zeit. Lalalala, Leben regenerieren. Wieso schreibt der okay? Er muss schreiben. Fick der ey. Hm, ich renne mal im Kreis. Und zack. Nicht. Aber jetzt. Ich regeneriere ihr Leben, schieße mit Fallen ab. Mir geht's gut. Was macht der jetzt? Im Prinzip könnt ihr schon im Nahkampf ihn töten. Aber wir können auch ein bisschen mit dem Bogen uns betteln. Ach, egal. Töten wir ihn gleich mit. Töten wir ihn einfach. Da. Puh, das war's GG. Das haben wir geschafft. Das war easy going. Ähm. Willen. Nur zwei. Ja. Das war easy going. Da haben wir ja nichts mehr. Beziehungsweise nochmal dieselbe Map. Oh, gerade werden keine anderen Maps voll. Naja. Ich mag die Map. Von daher. Und ins Becken. Und. Ja. So toll ist das jetzt nicht. Obwohl. Ja. Jetzt geht's eigentlich. Ja. Aber keine Waffe, ne? Geh weg, Mann. Da haben wir noch eine Truhe. Da haben wir noch eine Truhe. Das ist unsere Hoffnung. Unsere Rettung. Yes. Nice. Schnell anziehen. Nein. Okay. Zack. Das war die Nummer 1. Die Nummer 2. Das ist wahrscheinlich die AFK. Oh ne. Er hat was gesammelt. Okay. Kein Problem. Habe ich schon was Eisenschwert. Ja. Es sitzt jetzt wieder gut, würde ich sagen. Ich nehme auch nur noch drei irgendwie. Keine Ahnung. Ich nehme nur noch nicht schon ein anderer. Aber wo der ist, weiß auch keiner, ne? Hallo. Hey. Ist das wieder so, dass ich versteckt bis zum Ende, oder was? Das ist doch schrecklich. Aha. Ja, es werden wir gezwungen, wieder aufs Dashmash zu warten. Tut mir leid, Leute. Da ist er. Hey. Hey. Na, das war's. Gege. Gege, habe ich gesagt. Wenn ich gege sein kann, dann muss ich auch sterben. Geht doch. Das war's. Bis gleich zur nächsten Runde. Das waren zwei flotte Runden, die wir schnell gewonnen haben. Bis gleich. Da sind wir wieder. Bam, 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 bam. Kurz was einstellen. So. Und schon geht's direkt los. Das ist, die merkt man eigentlich nicht so, muss ich sagen. Ist nicht so meins. Eine Waffe wäre super. Dann halt nicht. Aber die Schuhe sind besser. Da oben vielleicht? Nein. Jetzt nehmen wir die Schuhe an. Jetzt fehlt ein Hund und eine Eisenhose. Aber wo finden wir die? Oder ein Schwert? Jetzt haben wir ernsthaft. Eine Volleisenrüstung, aber keine Waffe. Ach. Geht doch. Da haben wir unser Steinsschwert. Ja. Ja. Dann würde ich sagen, gehen wir mal in den Fight erneut. Hallo. Ey. Ey. Okay. Das ist unser erstes Opfer. Ich werde beschossen mit Pfeilen. Aber der hat ein Eisenschwert. Das ist wichtiger. Und da kommt der Nächste. Der hat auch ein Eisenschwert. Naja. Hatte. Boah. War das knapp. Alter. Kriegt er mal eine richtig Herzrasen. Diese Kampf-Situation. Gut. Da haben wir eigentlich schon mal alles. Naja. Bis auf eine Diabrust. Aber okay. Das ist nicht so wichtig. Obwohl da hinten ist wahrscheinlich gleich unsere Diabrust. Oh Gott. Ist das ein Team? Oder gehen die einfach nur zu zweit? Ne. Das ist kein Team. Komm runter. Ach. Den krieg ich jetzt nicht. Mann. Ach komm. Der hat wahrscheinlich nur noch wenig Leben. Also hat der. Bleibt stehen. Der ist um die Ecke. Hab doch bitte stehen. Einmal. Komm schon. Oh TNT. Der lebt immer noch. Jetzt aber. Oh geht doch. Ich glaube schon der Fall gar nicht. Das war traurig. Oh es ist eben noch 5 Leute. Das match in 60 Sekunden. Gut. Vier von der bleibenden Spieler. Ich und 3 andere. Ja. Natürlich sehe ich davon keinen einzigen hier rumschwirren. Na dann müssen wir halt wieder aufs Deathmatch warten. Ne ich sehe einfach keinen. Na traurig. Na ja. Aber wie gesagt haben wir gleich volles Leben. 30 Sekunden. Bis zur Vernichtung. Nehmen wir mal hier hoch. Da war ich doch da war was. Und was haben wir der Truhe. Na nun Eisenschwert. Oh Feine. Stick. Ja. Keine Diabrust. Aber es geht direkt los. Na doch nur 2. Ist immer gestorben. Stirb. Ist Feuer. Ah verdammt. Er ist in die Lava gesprungen. Du mit deinem blöden. Blöden. TNT. Er ist tot. Gut lebt eigentlich nur noch einer. Aber wir haben uns angeschlagen. Und ich treffe ihn einfach nicht. Weil ich zu behindert bin. Jetzt stirbt doch. Ah ich hasse 1 gegen 1 Käfer im Finale. Ist so spannend. Okay ich treffe ihn gut. Ja. Er ist so gut wie tot. Ich gehe rüber und tötte ihn jetzt. Geh geh. Ja das war es würde ich sagen. Vielen Dank fürs zu sehen. Wenn euch das gefallen hat. Lasst uns überwärts und da einen Kommentar. Ich würde mich sehr freuen. Ja das war es würde ich ja gerne. Und dann. Ja das war es für mich. Ich würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal.